er ist vor hallo hier, da ist der Musua wieder und ich komme nochmal zur späten Stunde raus ich will euch dann doch noch was in der Urlaubszeit ein bisschen Anunterhaltung geben wir haben es jetzt noch reellen Freitag, aber ja sehr geil das ist so eine richtig das ist eine richtig, richtig geile Fail also eine richtig Troll Base und der ist richtig drauf reingefallen und der wird nichts machen können und man probiert und man probiert und man probiert und ach naja irgendwie muss ja irgendwas gehen und es passiert nichts weil Fläche ohne Ende aber ich meine ganz ehrlich, da hätte auch clever genug sein dürfen, ich meine er hat alles am Start er hat direkt daneben auch einfach mal die Infernos ich meine, denn mit Bogen anzugreifen ja aber gut, richtig geil haha, jetzt probiert er es draußen haha, sehr geil so nach dem Motto, naja komm, ich mache die 50% noch klar aber Herbert, richtig, richtig geil du bist mir ja positiv schon aufgefallen bei den Epic Raids aber ja, richtig, richtig geil also der wird sich leicht geärgert haben ich meine, Poki-technisch war es vollkommen Banane logischerweise aber der dachte halt, der kriegt hier richtig extremst das und nix war geil geile Schote, alter geile Schote so, dann kann ich langsam mit anfangen mit ich muss mir überlegen da könnte man langsam schon eine Kaserne hochballern eventuell obwohl, naja, so lange will ich auch nicht aufs Dunkle warten hier der ist gerade in der Mache ich glaube, ich muss ich muss das Alex-Lager erstmal ich gucke mal, wie lange zwei, auch zwei Tage alles Kacke Doppelfail, gucken wir uns mal ein Doppelfail an das ist cool ah ja, ah ja krasses Pferd ja also, das ist, ja genau an so einer Stelle ich gucke nochmal, wie viel du am Anfang gespammt hast ok, das ging noch aber, klar denkt man sich so oh, naja wird ja gar nicht beachtet und dann BAM ah, scheiße ja, kennen wir alle so, hier, hier das sieht nach einem Fail aus ja bestimmt auch wieder zu früh abgebrochen, oder? ah, komm, zack naja, garantiert ja, das passiert wohl öfter, Jungs also, das passiert wohl öfter zack aber warum auch also ich meine, da hättest du ja auch vorher nicht abbrechen müssen das hätte ja gar nicht Not getan dumm äh, Hashtag Kompetenz äh, Kompetenz schreibt man mal mit Z hehehe BAM direkt ins Gesicht war nicht so Fail aber, naja naja, dann gucken wir mal ganz kurz rein aber wie gesagt, Fail ist Fail oder eben nicht naja, wenn man hier, aber wenn man halt nicht mit der CB rechnet dann kann das auch eine knappe Kiste werden aber du hattest ja genug Einheiten aber ich meine ist natürlich auch, äh in gewisser Weise schon Fail, klar weil du hättest natürlich gerne mehr gehabt, würde ich sagen, oder? oder war es jetzt der Verteidiger? ich guck mal rein ja, genau nee, nee, war, war Erik der Angreifer genau 50% das ist natürlich auch ärgerlich aber die Sache ist ja wirklich die darum geht's ja nun mal wenn man natürlich wirklich so dass das letzte bisschen gerade noch holt also sprich in dem Fall dann ja der Gegner äh und wirklich dann entweder die letzte Sekunde ist oder wirklich kurz danach die letzte Einheit down geht das ist natürlich guck mal das ist ja guck mal der ist nicht mal eng beziehungsweise naja doch doch ja die Zeit und dann ja 50% yeah gucken wir mal ob wir den mit reinnehmen können ja ich weiß was ja 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 aber du hast ja noch den King dann weil nämlich sonst hätte ich gesagt ist es fail weil die Schweine wenn die jetzt die Tesla und sowas killen ja danach nicht mehr aufs Rathaus gehen ja weil die ja erstmal die Def kalt machen wollen also das war sag ich jetzt mal kurz vor fail wa also weil es hat ja zum Glück geklappt aber du warst halt äh kurz davor und die Schweine hätten dir ja nichts gebracht ja und dann da 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 ja ja da war noch fail doch 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 stimmt fail geortet fail geortet zurück erneut abspielen bei sowas dann kurz sagen ey hier zum beispiel Schweine sind auf auf Sprungfalle getippt getappt jetzt bin ich auch gespannt hier jetzt kommt es gleich da hat er schon mal eine Bombe und jetzt geht es gleich los haha ziemlich geiler Scheiß oh dann nochmal heißt das nicht eigentlich ja okay haben zwei ausgelöst genau ich dachte nämlich gerade heißt es nicht eigentlich 15 Troops und da liegen ja jetzt ein bisschen mehr in der Luft rum sehr geil krass und wir machen wieder Druck drücken haha sehr geil der war echt mega nice auf jeden Fall der war richtig cool und das tut natürlich dann weh du denkst oh ja komm hier ich hab ja noch ordentlich Schweine der war richtig geil der hat mir gefallen ja sieht so aus ja achso okay und dann raus genau perfekt super so ist das richtig ich kann nix mehr machen ich kann noch gucken dass ich mit dem anderen nochmal angreife aber ach nee das machen wir in einem anderen Video ich wünsche euch was ciao 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 ciao